Tja, da werden wir heute wieder mal die Kugel zünden. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R&K BBQ. Ja, wie ihr seht, meine andere Hälfte ist heute nicht da. Sie hat Oma und Opa Tag, muss auf Enkel aufpassen und aus diesem Grund werde ich heute mal alleine ein Video machen, was es ja nun schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gab. Gut, was ich heute für euch mache, das seht ihr dann aber gleich nach dem Intro. Ja, und zwar möchte ich heute mal mit euch dieses wunderschöne oder diese beiden wunderschönen Beef Nackensteeks probieren und diese habe ich gefunden bei uns im Selkros und mal schauen, wie sie schmecken. Ja, hier liegen sie nun unsere beiden Nackensteeks. Zwar nicht allzu dick, aber ich denke mal schön marmoriert und würzen. Wir haben das einmal mit den Gewürzen von Peter Scharf, den Grillpfeffer und dieses Grillöl. Also seid gespannt. So liebe Zuschauer, die Kohle ist durch und hinein. Und dann gleichzeitig das Rost auflegen und schön heiß werden lassen. So und in der Zeit, wo jetzt unser Kugelgrill jetzt langsam auf Temperatur kommt, werden wir mal dieses Nackensteek hier auspacken und gleichzeitig noch etwas abtupfen. Schaut mal diese Marmorierung an. Natürlich, es hätte etwas stärker sein können, aber ich glaube, dass es dann jammern, auf hohem Niveau, weil wir werden das ja eh bloß von jeder Seite ganz kurz angrillen. So wie ihr seht, unser Kugelgrill ist auf Temperatur. Er hat jetzt 250, nein, ja doch 250 Grad und dann werden wir mal das Rost hier etwas einsprühen. Und unser Nackensteek von beiden Seiten angrillen. Und glaubt mir, bei der Stärke brauchen wir mit Sicherheit keinen Thermometer. Schöne kleine Feuerspiele unten drunter. In Ordnung, es lässt sich noch nicht lösen. So, ich glaube, es lässt sich lösen, ja. Nächste Seite. Und schaut euch mal dieses wunderbare Muster an. So, wir werden nochmal schauen. Naja, lässt sich noch nicht lösen. Nein, aber in 30 Sekunden sollte es so sein. So, liebe Zuschauer, ich denke mal, es sollte soweit gut sein. Es lässt sich lösen. Ja, und dann legen wir es gleich mal aufs Brett zum Nachziehen. Ja, liebe Zuschauer, schaut mal, hier liegt es nun. Da hinten stehen die Gewürze parat. Und das werden wir jetzt mal fotografieren, anschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder zum Verkosten. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht mich jetzt nicht, aber ich werde mal hier einen Anschnitt wagen. Und schaut mal. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich hole euch mal näher ran. Das müsst ihr sehen. So, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber sieht das nicht mega aus? Genau, und das werden wir jetzt probieren und uns schmecken lassen. Ja, und los geht's. Wir werden uns hier ein paar Drangen runterschneiden. Und gleich erst mal etwas von dem Steakpfeffer vom lieben Peter Scharf. Somit, wie gesagt, gehen Grüße raus. Und dann werden wir mal hier anfangen mit verkosten. Erst mal pur. Also, wie ihr seht, es lässt sich schön zerreißen als Nackensteak vom Rind. Schön saftig. Und auch mit dem Steakpfeffer vom lieben Peter. Sehr gut. Also hervorragend. Wie ihr seht, ich habe ganz schlechte Tränen in den Augen. Sehr gut. Jetzt das Ganze noch mit dem Barbecue-Öl, Grill-Öl. Ein paar Tropfen drauf. Was runtergeschnitten und auf euch. Also mit dem Wurzel-Öl, muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt mir auch sehr gut. Hervorragend. Also ganz ehrlich gesagt, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, das Würzel-Öl oder den Grillpfeffer. Das müsstet ihr selber entscheiden. Aber ich finde es beide Sachen lecker. Und wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, dieses kleine kurze Video mit diesen wunderschönen Nackensteaks vom Beef, dann hinterlasst einen wohlwollenden Kommentar, einen Daumen nach oben, ein Abo. Würde uns sehr freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Also ich würde sagen, dieses Steak ist sehr zu empfehlen. Kleiner Nachtrag. Und dann bin ich es sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020